Engage! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Engage the Lead Part hier bei uns auf der SPL mit mir, den Hadi und der lieben Ray, die sich... Hallo! Genau, hallo! Die jetzt gegenseitig gegenseitig gegeneinander antreten dürfen in Black & White 2. Allerdings haben wir natürlich noch unsere sehr berühmten Co-Moderatoren namens Shadow. Wieso, Kum oder... Und Franklin. Absolut, Franklin war ich. Ja, wir ignorieren jetzt einfach Franklin. Oh, wir haben einen kleinen Gast, der nennt sich Lucario. Hallo, ich bin wirklich klein. Lucario, erzähl doch mal, du hattest doch schon irgendwie so ein Match und irgendwie kann das nicht hochgeladen werden. Irgendwie ist da was passiert, also wir haben halt aufgenommen am Anfang, alles gut, dann fing's so damit an, yo, ich hab vergessen Items zu kaufen, egal, ich geh rein, lass mich umbringen von allen. Aufnahmefehler. Mein wundervoller Gegner Sandy. Ja, dann haben wir erstmal nen Aufnahmefehler gehabt. Haben alles nachgespielt, war alles okay. Ähm, geht's weiter, Sandy hat Pause gemacht. Und dann ging's weiter und, ähm, ja, dann hat Sandern gegen die Psycho Top 4 Tussi verkackt. Geist. Geist schon? Geist, hat mir ein Geist verkackt. Ich dachte das war Pio, okay. Ich bin die erste jedenfalls. Ja, okay. Und dann ist er gerage-critted und, äh, deswegen gibt's jetzt keine Aufnahme mehr. Und du hast wie viele geschafft? Ja. Äh, drei. Ich bin halt am Kampftypen gescheitert am Ende. Geist. Ja, gut. Das heißt, es ist quasi ein Free-Win für Lucario, at this point. Pepefingersander. Pepefingersander. Und, äh, und dann würde ich gerne hier an Shadow und Franklin, äh, das Wort übergeben. Übergeb mir das Wort. Gib her. Ja. Ja, ja, ich geb dir das Wort. Aber du schickst dem Discord. Pepe. Wow. Äh, ich hab das Wort gefrieden. Zuallererst war das Wort. Jetzt eine kleine Religionsstunde. Ich bin nicht Rally, ich hatte heute schon Rally, ich hab keinen Bock auf Rally. Hm, Religion, ja. Ja. Cool. Zuerst war das Wort. Das war das Wort zum, äh, was für'n Tag am Hauptbitte. Mittwoch. Okay, gut. Die haben wir starten. Zuerst war das Wort. Zuerst war das Wort. Zuerst war das Wort. Zuerst war das Wort. Und dann war Engaged League. Richtig. Ich bin Engaged League. Richtig. Gut. Also, ja. Shadow bestimmt den Timer, also sagt er, wann's losgeht. Ja. Geht los in drei, zwei, eins, go. Können wir beim nächsten Mal auf die Blätter. Sag doch einfach los. Können wir beim nächsten Mal auf die Plätze fertig los machen? Ja, ich hatte letztens im ersten Bericht so ne Liegestütz-LK. Hat mich so abgefuckt, wo die gesagt hat, drei, zwei, eins, go. Liegestütz-LK. Aber immer. Hm. Ja, dann musst du Liegestütze machen und immer abklatschen. Ineinander an der Hand. Warum? Nein, ich will nicht zockieren. Nein, warum dieses Wort? Wolli, schön. Das klingt so gut aus. Ja. 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 Das ist doof. So, das Ding packe ich mal hier unten. Mit dem Weg war's so gut wie gar keinen Sex mehr. Äh, was haben wir denn hier noch? Wir haben die Pokémon. Ich hab mich ruhig. Der ist Arsch langsam nur, by the way. Mhm. Und hat keine Death, weil wir weiter über meine Liegestütze LK reden BTW, wenn ihr ein Zeichen setzen wollt, dann releast jetzt dieses Porygon Das hast du zum Beispiel gemacht und das können wir leider nicht Ich hab das früher echt gemacht Warum hat es... ach so, ja, okay Warum nicht? Ihr hättet ihm übrigens noch einen Move mit D geben sollen im Latios Glaubst mal, ich hab jetzt aktuell das Mon drin, okay Äh, ich weiß gar nicht, was die Moves schon nach hier sind Ich bin schon fast dabei, dieses Mon mitzunehmen, einfach nur, weil ihr krassen seid Das Mon hat Frankie gemacht, das Mon hab ich, also, ja Hallo Ach warum habt ihr denn den Move gegeben? Warum? Frag Franklin Hadi Warum? Ja Ich hasse dich Ja Ey Ich hab mir gedacht, das hat schon mal bei Hadi funktioniert, das kann doch mal funktionieren Zur Erinnerung, die ganzen Kampf-Pokémon haben Edge Das ist doch was für mich, das funktioniert doch, bei mir Ich wusste es Ich wusste es Komm, nimm ihn mit Du mir den Gefeind, nimm ihn mit Was? Du, ey Den Ja, wir können erstmal gucken, was das denn noch so gibt Geofi ist so ein Kampfkopp aus Der ist eigentlich nur dafür da, um Drachen zu töten Echt? Jo Um mit Geofi nur, ja Hadis zu machen, Kappa Hadi, das ist ein geiles Produkt, der Typ Ja Hadi ist ein geiles Produkt? Ne, das Mon auf dem Harding Battle drauf Ja ja, das meinst du Vogel Geiles Produkt, so Aber ich muss mal einmal kurz gucken Was hast du? Du hast aber schon auf jeden Mon Nock oder so, ne? Ja Hast du nicht? Oh, das ist kein einziges Mon Nock drauf Aber durch Noch Kacke 2 Mon Nock hat er nur eine Stärke von 20 gehabt und hat 2 Reiles abgeflückt, aber hat nicht den Äh, Boost Komm 264 Oh, 211 Du wirst aber von dem Kampfmann aus nochmal genommen Oh Das ist Lukaro nicht aufgefallen Wenn ein Haus vorausbekommt, ist der OP Warum ist das Geräusch von Reis so? Keine Ahnung Hilfe Ist zu Regis nicht eigentlich ein guter Gutes und sogar Ja, Drachen greifen physisch an Wir kriegen den Weg nach Ich sag's mal so Es ist gut Gute Heid, du Affek Ich verfass dann Ah, du wirst jetzt rum Ok, sicher ist jetzt Oh, Ray Das wird lange bei Ray dauern Oh Das wird lange bei beiden dauern Nein, ich hab eigentlich nur wegen diesem Ein-Wonder Da Das meinst du? Achso, ich dachte, ja Oh Oh Die Mots sind alle nicht da Ach doch, die sind schon Die sind schon Die sind schon Das ist machbar Keine Produkte Du hast ein 121er Das weh Wenn ich in der Steinpolite rausgebe, bin ich auf plus 2? Ja, es kommt auf 242 Hör auf das zu wissen Ahhhhh Sture Frage Mathe Ja, sorry Lucari, dass ich mal zwei rechnen kann Achso, man muss einfach Ja, okay, das macht Sinn sehr johne Das blöde ist, die können alle Fake-Out, Bullet-Punch und so'n Scheiß Oh Aber, oh, never mind Was ist jetzt nicht so schön Spade Warum sind hier eigentlich so viele Psychoprogrammon drin? Und alle sind kacke Weil Keine Ahnung Wer Bock auf die hatten? Oder so? Keine Ahnung Kacke ist auch dieses Eine Mon Hier so Da freu ich mich Ah, ich würde das gerne mitnehmen, aber ich Nein Nein Und ich kann Wenn du aus gegen Kampf brauchst Nein Amin, wenn Treibnischkampke sind Ich kann nur aus gegen Kampf Auch Es gibt nur den Trip Alle haben Edge Ja Da ist noch so'n Pokémon, was die Avrimonisier Was ich hier denk Nee, die LK-Pokémon haben nicht alle Edge Nur 3 von 6 Hm Ähm Hälfte also von daher Übrigens, ich müsste auch bedenken, dass manche Monster durch die Reitungs Auch manchmal stärker werden und manche auch schwächer Loll, das hat die Fähigkeit, das sehe ich ja jetzt Ok Na, warum hat's die wohl? Ja F Amin, es gibt Zeit Null Weil irgendwie die Monster ähnliche rauswechseln Ich hätte ja Ich hätte dem Ding auch competitive geben können, aber Wait Wait, halt das Wieso? Es gibt uns Es gibt uns Crafty in der Liga Mit Intimidate Ups Hätte ich gleich mal machen können Doch, fängt ihn Ah Naja Ja, er kommt mit Ey Die Spitzen am Herzen Lol Egal Jawoll Jawoll Jaaaa Hat ihn Das Ding ist scheiße Nein, es ist nicht Es ist besser als Griffe Ja Ja, also ich bin ehrlich Doch, ist es Gar nicht viel Weil Gegen was gewinnt das Rameidon Es gewinnt gegen alles, wenn es Speed bekommt Es gewinnt tatsächlich gegen alles, wenn es Speed bekommt Also die Frage ist, gegen was bekommt Speed Keine Ahnung Keine Ahnung Gegen Äh, du hast das und das als Schwäche, du hast das als Schwäche, du hast gar nichts Du hast gleich Schwäche Und das Jaaaa Aber auch nur zwei Irgendwie geht es um Türen gegen dich durch Aber auch nur zwei, auch nur zwei Mal Also ich hatte fünf Kampfschwächen dabei Ich bin sehr verwirrt, was ihr mitnehmt Echt? Jaa Soll ich mir vielleicht mal aufsprach nehmen Zeist drauf Zeist drauf Mal lösen Nur einmal Gray hat genau das gleiche Mon mit Bin und Lucario Ja, hab ich gesehen Du hast zwei gelassen Aber warum genau funktioniert das nicht? Sinn Doch das funktioniert Aber du kannst Gewicht nur nicht Die Frage ist Warum nehmt ihr das mit, wenn ja auch ein Evolidmann mit Level 100 dabei haben könnt Der wird das Mond einfach objektiv besser ist Ja Nicht gleich mit dem Scheiß Nein, welche Ente soll ich lieber Äh Also mir wäre das Entern lieber oder egal Ja, du bist doch komisch was das angeht Ich wäre auch das Entern lieber Ich bin ehrlich Ich bin ehrlich Freut mich unsere nur verwirren hier Ich sag nicht, dass es Entern besser ist Ich sag nur, mir wäre das lieber War es denn nicht auch kurz davor das Ding mitzunehmen? Ja, Entern? Ja, Entern? Ja, weil ich vielleicht würde das Entern nicht mitgenommen haben Kurz vorhin nachgedacht aber Ich hatte es glaube ich So, schon mal drei Items Und dann nebenbei Das Data ist übrigens ein Item Geht so und so Ja, Items So 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 Was hast du mit Wow Và Amen Kann ich nur noch zwei Items nennen? Muss ich mal kurz überlegen Und du hättest dank Memo fast sogar noch Kampf nicht geschafft aber er ist da weitergekommen das stimmt na gut wir sagen jetzt noch nicht so viel ja echt nicht? Keine Spoiler an der Stelle ihr werdet sowieso nie... Ich werde sowieso mega abkacken weil ich immer so eine scheiße finde oh ja seh ich, Hata irgendwie gefällt mir eure Auswahl nicht bis auf das eine Mon, aber das eine Mon hat auch jeder mitgenommen ja da fehlt Griffel, ne? naja kann es sein, dass er die Nur-Mons mit hat, die ich gemacht habe? Ja, Hata außer halt eins mhm das ist mir egal, ob das Ding da drauf ist Ray will dir übrigens ein paar Bälle kaufen ja 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 oh insane nein, du hast dir gar keine Items gekauft hey ich habe mir Items gekauft im zweiten Run das war nur Hyper-Tranke und keine Hyper-Tranke also warte mal ist heute Mod-Besprechung ist heute Mod-Besprechung mit der VOCP ja scheiß auf die VOCP wenig von der VOCP die ist eh kacke was? ihr habt jetzt zuerst gehört also die machen nix hier wenn sieben du Liga ja ich mach da nicht wenn ich bin sonst nur wieder und ich hoffe dass es wieder an dir und Rudy abgetreten wird, die beiden gefühlt unzuverlässig sind aber wo unzuverlässig sind wenn Leute das von der VOCP sehen at Goomba Gamer wir spielen morgen okay ich nehme einen Trank mit und jetzt an's hoch Geist war hier ne? Geist war hier links ja das spielen morgen wegen Goomba nein wir spielen morgen wegen Goomba nein wir spielen morgen wegen Goomba Geist doch keine Ahnung Geist war links ja ich hab Goomba heute angeschrieben dass mir wegen ähm hier wegen Panas Saufen nicht am Samstag oder Freitag spielen können und wie eigentlich Geist am Montag? ja ich bin am Montag keine Ahnung ich hab da noch ein paar Pings von Crank gehabt als ich aufgestanden bin und dachte mir das nein ich will nicht ich hab das wann bist du aufgestanden? ich hab das mit dem 17 Uhr geklärt äh ja ich bin ungefähr 16 von der Schule gekommen hab dann das Video von Blacks angemacht gegen 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 äh hier Maxi und dann bin ich dann eingeschlafen ich hab heute Mittag geschlafen immer ich hab heute die zweite Folge von Loki geguckt mit meinem Vater die ist insane die Serie ist cool ja apropos beide gehen in die erste Top 4 und haben noch bisschen mehr Daumen bisschen 50 Minuten und Hadi macht Hadi Dinger Späti hat es ab ja gut es ist ein Schein ja victorieren dass ich das mal gemacht habe äh die KI ist insane hat die wieder Willow gedrückt ja 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 hm okay es sind übrigens meine drin ich hab mir diesmal nicht aufgeschrieben was wir dabei haben ja ohne auch Jungs wow by the way nein es ist Scrafty und Carrie der macht alle Aufmerkampf Hadi hatte Latios Scrafty Jan Mega Sableye ähm die haben die haben ungefähr das gleiche ja Megas Scrafty Bray hat noch Fischer äh P2 ist noch bei Adi und Rumpus äh P2 und äh Rameidon stimmt Rameidon Na Rameidon hat sich dabei ne du hast aber dafür gelade ja ich hasse euch dieses gelade jetzt schon halt okay warum da hast du den Ranking by the way ich was ich ich nehme aber Hexen auf WTW wollt ihr euch über mich lustig machen was ich dabei hatte joo also ich hatte Rameidon litt für Scheiße weil der gegen irgendwie nichts gewinnt Rameidon gewinnt gegen alles wenn der eine Rockvolley rausbekommt und Fabius find ich genauso kacke halt die Schnauze du Negativmann und ja ein Mega genauso ja du bist weil ich die gemacht habe du weißt dass ich einen Mega getestet hab was ok also und dass er verkackt hat auf jeder Ebene ich hatte dabei einen Scrafty einmal dann hatte ich dabei äh Umastar natürlich Rameidon ich hatte Rameidon dabei hm ähm ich hatte Mahomai dabei meine einzige Nicht-Kampfschwäche lol dann hatte ich Memo dabei mhm und ähm was hatte ich noch dabei ich glaube ich hatte ja ich hatte noch Bishop dabei ja ich hab gehört Bishop ist sehr gut gegen Kampf hab ich auch gehört die sind alle sehr gut gegen Kampf die ich dabei hatte mhm man könnte vielleicht erkennen woran es lag ja jetzt hab du bist dann eine Geistrainerin gestorben ah nee warte es war ja Sandy oh ähm ich äh soll ich euch meinen Geheimtipp verraten ne äh nein ok weil ich glaube ich weiß was der Geheimtipp ist was denn Pokémon mit Didi ja genau wow ich wollte nur sagen nach 2 Didi gewinnt Scrafty gegen Ghost nö dann wird es hoffentlich erstmal vom Mumie sein Set Skin abgenommen und dann ging es ja aber Shedskin funktionierte eh nicht das ist eh kaputt Shedskin das funktioniert nicht ne mein Sheds nicht funktioniert du hast du hast auch nicht so ne Liebe zu Scrafty das stimmt doch wenigstens habt ihr ein gutes Scrafty Set gebaut weißt meine defensiven Sets sind insane oha Hardy wills direkt wissen ich wills direkt wissen merke ich die Farben das oh Hardy wills doch nicht wissen du musst bitte darüber unterhalten dass ich das nicht gut finde aber übrigens ich ähm möchte bitte anmerken hä hast du jetzt wirklich jedes Mal gefreezed ja no ich möchte BTW anmerken dass die P2 ey warum die Evolida irgendwie so broken weil jetzt P2 hat nicht die allerbesten Langewies was das alles angeht ok ich will jetzt nicht der sein aber P2 hat es verdient gefroren zu werden weil ich schnauze Ray du hast Epidermis das geht schon klar also Epidermis das heißt Epidermis das heißt Epidermis Epidermis klingt wie Epilepsie das ist nicht Organ ich weiß es nicht als ob ich im Bio aufgepasst hätte du hast grad ne Arbeit im Bio geschrieben das Spiel hab ich Montag gemacht was war das Thema was war das Thema kommst du über den hey du bist einfach ein heftiger Scrafty Hammer ja klar nein mach der nicht der crittet so wie oha alter Meta Gross hat aber immer gecrittet das stimmt Burn ähm warte ach komm sei doch auf Ray's Seite das ist immerhin ein geilestes Urio Shiny Bishop ist so wunderschön ja ja und dann auch der Name Name gefällt mir sich so ganz doll warum seid ihr eigentlich von eurem coolen Naming Theme in der TPL-Werk Statement Franklin? Kren ok Pepefinger Kren Kren hat gesagt ach lass mal ein neues Naming Theme für die Playoffs machen und und weil Kren ja immer so rumholt wegen Teambilding und so haben wir gegen Klapple ja unser Teambilding 10 Minuten vor dem Kampf gemacht und äh und äh haben wir uns nicht lange Zeit gelassen für Namen aussuchen dann hießen die Mons Muschel Samurai Affe ok sehr kreativ fast so kreativ ist meine jaja ich halt also falls wir mal hier Aurorus mitnehmen Heißt das Ding? nicht Littlefoot Lang Lang nicht Langhalspalme doch Armener Armener Warum Lucario Sauros? Armener Armener Achso Ach das Ding gibt's ja auch noch Armener 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 Geist Psycho und Unlicht halt extrem stark Ab mit Gewinner 50 und ein halb minuten Armener Armener Und würde ich trotzdem fassen Armener Ich weiß was gerade mir aufgefallen ist die richtig geile Taktik den Fake-Out von äh Kleoparda blockieren und dann halt für Gott ja auch nicht äh anbürden Armener Jaaah Toll ich verspricht Okay Wartes Mann Wee Zorbieres vielleicht? Armener Ja Du kriegst doch nur mit nem Geist Pokémon hin Wee Zorbieres ist Geist Armener 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 Warum keinen Bishop? Warum sollte ich? Genau Ich bin nicht so der Fall davon Ich hab die Notlösung Bei Bishop die Notlösung ist Das ist Crafty Wenn Crafty durch den Hammer Weil Kampf-Mons gut sind Weil Kampf-Mons gut sind Weil Kampf-Schwächen sind gut Weil Kampf-Schwächen sind gut Richtig Du willst halt lieber ne einfache Kampf-Schwäche Am als ne vierfache Wart hast du das denn gerade mit Iron-Hit-Gone-Hitted? Ich hab die One-Hitted Warte Was wurde grad gewonnen? Aber ich hab Band drauf Ich hab's auch mit Band gespielt Ich hab das erste Mal kein Set-Up-Mon mit Band gespielt Psycho war die Aufnahme verschwunden Nein, 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 oben rechts Ja, Psycho? Ja Ja Okay Vielleicht fahre ich dich auch Ich war's Ray ist jetzt übrigens auch mit der ersten Top 4 fertig Das ist Kopf an Kopf gerade Ah Psycho Ähm By the way Wollen wir darüber reden Dass ich grad die TP und die VOCP gewinne? Nein, wollen wir nicht Halt die Schnauze Nein, es wird niemand wissen Jetzt wollen wir niemand Dafür sind die Eingelieger nicht weil so prickelnd gut aus Was liegt am Kader? Ja Hör auf, die schlechte Kader zu picken Ich weiß nicht, was ich mache Adi, wollen wir Kader tauschen? Nein Mit Shadow will ich nicht tauschen, der ist Ratschi Was haben wir alle gegen Ratschi? Was dich bis heute nicht? Das ist Mon ist Ekel Ich dachte, du gehst auf Reflektort, okay Was ist da? Unlicht Da oben ist Unlicht, ja Das Ratschi des Mon ist ekelhaft, das kann flinchen Oh nein, ich kenne sie nicht Das ist immer noch das Beste Ich wusste gar nicht, dass das durch Sub zurückgeht Ich wusste nicht, dass er Synchronize spielt Äh, ich schon Aber ich wusste halt nicht, dass das trotzdem funktioniert Oh Ich wusste das auch nicht, aber mich ist auch nie interessiert Btw, ihr dürft nicht die Temps verwenden Nein, es ist, das war, das war grad ein Mistklick Ich wusste es nicht verwenden Ja, aber ich weiß, dass Lucario und Xander das wollten Naja, Xander kam gar nicht dazu, der ist alles verrägt Gut, ich frage aber, ob jedes Spiel dürfen wir die alten Monster mitnehmen Ja, ich würde jetzt hier die alten Monster ruhig mitnehmen können Ich hätte hier eingesehen, wie ein Viking einfach gewone-hitted wird Das wollen wir alle sehen Ja Du bist ein kleiner Ja, was bin ich Bastard Okay, das stimmt, dann bitte mach das kleine davor weg Danke Hi, das bin ich Ray geht jetzt in die zweite Top 4 rein Ich glaube, dass der ein ekelhafter Quaster ist Warum nicht ekelhaft? Ratschi Bevor das noch ausartet Ey, du bist fast schon so wie da Hat Ray gerade wirklich das gemacht, was wir vor uns gesagt haben mit Fake aus? WTB in der Gen funktioniert Prankster sogar noch gegen Darktypes Ja Das klingt so gut Ja Das klingt so gut Ja Deswegen besiegt man mit Sabley auch an äh D-Dex-Krokodil halt D-Dex-Krokodil? D-Crook 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 Also, Lucarios Freund kam einmal rein im Talk. Ja, die einzigen Freundin, die ich aus meiner Schule habe, ist Sanna. Sanna. Oh, Bollenhelm, geil. Hast du Bollenhelm? Ich hab Bollenhelm auf dem Zeichen. Warum macht das so viel? Das ist so geil. Das ist ein Sechzehntel. Du hast noch ein Sechzehntel. Ich will es mal nicht sagen, aber... Du hast noch mal zwölf Prozent. Warum machen die Sets bei euch immer was? Ja, weil wir die gut spielen können. Ja, weil ich aber gute Sets baue. Ja, nicht zu sein, baust du nur Sets, die abfacken sollen. Tja, du hast heute auch ein cooler Reboi. Ich und H.D. haben sie die anbauen. Ich habe eine Frage an dich. Was ist an dem T-Set, mit dem die abfacken? Okay, nein. Dass er nicht sein letzter Tracker mit D hat. Warte kurz, ich baue immer irgendwelche Sets und erkläre dir dann die Idee dahinter. Also alles auch gelade und alles noch so wie ich sehe dahinter. Und Shadow so, ja, dann pack mal Lust drauf, dann noch das und das und das. Joa. Franklin, keiner mag Tryhards. Du du, du du. Genau. So, die wird bei dem hier so viele Gedanken. Die werden nur Schnüpfchen drücken. Hardy, kannst du jetzt bitte nichts mehr drücken? Nein. Das erste Mon, was ich mitgenommen habe, also das erste Mon, was ich mitgenommen habe, also das erste Mon, was ich gebaut hatte, war der Fysur. Nein, da gründet er! Du hast den Super Mega. Der Betrof. Aber du hast Magic Guard. Ja. Das ist AGC-Ex ist so ein Blut, das ist ein Mega. Das ist ein Tatsch, wenn der Betrofer. Was? Ja. Du hast gesagt, der Betrofer. Ja. Hab ich? Ja, hast du. Ja, hast du. Ja, hast du. Das ist am Anfang von der Folge. Hm. Das wird gecutt. Nein, wird's nicht. Haha. 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 Rüdiger. Hey, Rüdiger. Nicht so tief, Rüdiger. Haha. 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 Ja, bitte so. Das stimmt. Hörte mich für die Namen wissen. Ega. Mh. Dann hab ich vielleicht Proof gemeint. Mh. Nein, lass du nicht. Wir wissen alle, dass du Proof gemeint hast. Ja. Ja. Ah, ja, Mega. Gella Mann. Ja, Mega. Mega. Mega Mund. Mega Frau. Nee, Mega Mann. Mega Skarabon. Genau. Hör auf zu dritten. Ich finde es nur so, dass es genau ein Move gibt, der fließen kann. Ja. Hardy denkt sich, engage. Warum krieg ich zwei Kits hintereinander? Was ist das? Weil du nicht in Scrafty gegangen bist. Weil du nicht in Scrafty gegangen bist. Irgendjahr, was macht der gegen Scrafty? Fokusblast. Fokusblast. Komm, komm, komm. Oh. Warte. Scrafty ist keine gute Dingskarte. Dingskarte. Den wer den nicht vorher mit Crunch raus? Nein. Das Ding ist arschbulki. Auf plus minus nimmst du den nicht instant. One-Hit raus wollen. Ja. Und die, die, die Südomega ist sehr bulki. Da hab ich mir auch mal angesorgt. Ach, teils. Du, weil ich zwei Kits bekommen habe. Sonst hätte ich den jetzt, äh, hier durchgehen können. Was ist denn eigentlich? Gegen den Spiel Italien nochmal. Was? O2 heute spielt ja gar nicht Belgien. Nein. Ich bin morgen spieler? Ah, sehr anlässig her, Adi. Ah, sehr anlässig, Adi. Natürlich trifft er die. Morgen ist Donnerstag, richtig? Richtig. Ja, morgen ist Donnerstag. Böchtete... Ja, ok. Ich hab für die Leber, ich will's nochmal sagen. Oho. Oho, dass ist blöd... I guess? Ja, jetzt kannst du... kannst du... kannst du... κ... RIESEN es war der Top memzie. die denn so weiter kann ich da war ja auch die arbeit und dritte genieße hast du gesagt nein ich habe nach eingesetzt und das ist Ich frag mich immer noch, wie Scrafty eigentlich zubeißen will. Mit Mund? Ja, doch mit Mund. Richtig. Das killst du. Ui. Hey, du wolltest übrigens aufhören irgendwelche Tipps zu geben. Das ist richtig. Ja. So funktioniert das eigentlich nicht. Das war mehr Endgauge. In der SPL hätte der Gegner von 6-0 bekommen. Nee, Scheini hat ja auch keinen 6-0 bekommen, als er das CP mitgebracht hat. Soll, warum überlebt er denn? Jaaaa. Wo helfe ich dir eigentlich, wenn ich sage, dass er killt und er killt nicht? Hati spiel jetzt bitte den Kampf mit der KP-Range durch. Mach ich. Ich bezweifle, dass das funktionieren wird. Ach scheiße, da kommt der DRK. Kannst ja... Ach, keine Ahnung. Oh nein, das ist Bishop gegen Bishop. Scheiße. Du bist gut gewöhnt. Bist du Bandit auch immer noch? Ich bin Bandit, aber bin ich schneller? Ich weiß es nicht. Wie ein Gewissen das Viech? Was ist der Gegner? Du musst mal kurz was gucken. Äh, ein Level höher. Ah, schwierig. Ich glaub du warst... Ich glaub du warst... Ich glaub du warst... Ich geh doch einfach an Scrafty da... Oh nein, ich glaub... Schau auf. Ich bin tot, Herr Spurs. Ich wechselst du erst draußen, deswegen ist es ja fein. I hope. Der Scrafty hat keinen Intimid. Hati ist jetzt erfolgreich im Kalk. Nicht du? Nein, das hat immer noch... Äpfel hier... Schätzchen. Hat mal Bishop, hat er Eroas? Ja. Oh, aber... Jedes Mon auf seine Mutter hat er Eroas. Genau, deswegen ist Bass für dich wär so ein geiles Pokémon... Weil der Ex ist Bass für übelstes geile Pokémon, weil es halt einfach je nach Eroas wegfängt. Der Funktion wird's ja noch ein bisschen anders. Was denn? Nichts. Oh... Wir geben keine Hilfestellung. Richtig. Nee, ich würd wissen was... Egal. Übrigens Ray ist jetzt mit Unlicht fertig. Ja, und... Ich sterbe gleich, also... Ganz mir ist egal. Egal... So egal... Ja, ich finde das. Ich hab nix, was ich viel großartig machen kann. Hast du schneller? Der Willow oder der Bullet? Ich glaube der Willow... Schade. Das Problem mir ist, dass ich halt mit Latios zwei Kids hintereinander gefressen habe, die eigentlich voll unnötig waren. Das war gemein. Ahhhh... Na, warum... Okay... Kannst du... Als Psycho drin, oder? Ja. Ja. Oder? Ja. Warum den lebst du? Den lebst du! Du bist ein gutes Pokémon! Wooh! 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 Der Killed. Nooo... Nooo... Ich hab' nie Killed gekillt. Cool. Ah, Hydro. Doooof. Okay. So... Lass mich hier sterben. Oh... Und... Weißen keinen Sinn jetzt hier weiterzumachen. Wartens... At this point. Lass mich gleich sterben. Okay. Okay. Du kannst mit P2 vielleicht noch burnen oder freeze'n oder so. Ah, ein bisschen da war ja was. Gut. Der ist tot. Hat er gegrittet wieder? Guck, so break man ein. Schade. Schade. Guck, so break man ein P2. Das war nämlich, äh... Metagross hat immer beim ersten Hammer, den er gekriegt hat, sowohl Franklin als auch mich gekriegt hat. Mhm. Und ich hab' zweimal den Durchlauf gemacht. Ja. Ich frag mich, wie so alle P2 nicht breaken konnten. Ich lass' es wissen. Ich hab' den gebraked bekommen. Ich hasse' ihn aber trotzdem. Ah, als ob er den lebt! Das ist krass. Lebt deine Attacken. Lebt deine Attacken. Lebt deine Attacken, denn sie sind wahr. Und da, und da, und da, und da, und da, und da, und da. Jetzt kommt ein Trank. Huiiii. Ach, nein. Ich glaub' den fünf ist bisher am schwierigsten. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, als X kommt's in sechs, mach' mit Auras oder X Y. Mach' mit 6 X Y. Warte mal, wie's halt? Oh, so überlegt auf den Klo. Dann... Wollen wir Pause machen? Wenn du aufs Klo gehst? Kannst du Pause machen? Bei Rayleigh war's sowieso das Bild. Ah, ich geh' mal kurz. Ich muss ihn verflügt. Ja, bin Razer. Okay. Ja, ich komm' kurz warten. Gut. Okay, cool. Wie ist Hardy so schnell wieder dahin gekommen? Hardy ist direkt einfach in die Psychotossiere. Ja. Wollte keinen Monster wechseln und Tränke und Co. kann er sich ähnlich kaufen. Echt. Ich glaub' er hat auch nicht viele benutzt, deswegen. Ja. 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 Aber wir haben jetzt was. Reitest du das raus, oder? Äh, wahrscheinlich nicht. Ist das hier jetzt nicht lang dauern. Ja, dann können wir das bisschen drüber labern, so. Wir können ein bisschen drüber labern, so. Ich finde aber auf jeden Fall die Monster interessant. Äh. Echt? Ja, Sable, also. Ja, ich bin überrascht, dass er beide mitgenommen hat. Mir wär' der viel zu zeitaufwendig gewesen. Sag' ich mal. Nee, ich... 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 Ich seh's ein bisschen als defensives Mondal, und in Gym 5 ist er gar nicht so schlecht, weil er noch keine wirkliche Schwäche hat. Seh, also seh, der hat wirklich keinen. Seh'n wir ja grad, dass er gut ist. I mean, Sable, I... Lebt halt so mehrere Hütte. Ich hab echt insane gewesen. Du, übrigens, wenn wir Zeit überbrücken müssen, kann ich wieder die längsten deutschen Wörter vorlesen. Nein. Nein. Ich versteh's immer noch nicht, warum Anton nicht einmal mitgenommen wurde. Ich feier den Schauch nicht so. Ja, es ist die Anton. Weil du mit deinem Scheiß-Level 100er Mondsmann kommst, die keiner mitnehmen will. Ja. Wir sind aber nicht bessere Werte als alle anderen. Hättest du ein Pflaster gemacht, das hätt' ich mitgenommen. Zehn. Äh. Nächste Gen ist schon sechs. Können wir die Amigas machen? Ich bin wieder da. Hi. Hallo. Ich hab' es euch geschreit. 3, 2, 1 und 2 dagegen. Geil, wir können die Amigas machen, ok. 3, 2, 1, go. Ok. Cool. Ähm. Ja, dann können wir wieder Megas machen. Ja, ich bringe noch mega. Ich hab' schon ein paar Sätze im Kopf. Ich hab' nur zucken. Ich hab' kein mega. Ich glaube, er lebt das nicht. War ne Roll. Na? Ja, okay. War knapp auf jeden Fall. Ich möchte bitte einmal anmerken, wie insane ich die Gen-05-Top-4-Musik finde. Ja. Ich mag Gen-05. Gen-05 ist super. Ja. Ich bin aber jetzt auch mal ganz kurz auf dem Klo. Oh, oh, okay. Also klar, wir gehen haben was. Ja, na klar, was er immer. Oh, die Animation von Psycho-Klinge. Oh, die ist geil. Ja, wir haben uns einfach was. Ja, da gab es schon Psycho-Klinge. Hm, same. Ich glaube, hier Klinge wurde Zen-4 oder 3 eingeführt. Ich glaube, auch Zen-4. Also, was mich erstaunt hat, ist Ramaydon, dass der jedes, dass er so häufig mitkommt, weil ich mag Ramaydon. Ich will den jetzt auch nicht zu sehr halten, aber ich finde halt, der kippt mir zu schnell und man alles One-Shot und tut er halt auch nicht dafür. Alles von einem Aber ist eine Lüge. Ich habe auch überlegt, den mitzunehmen, aber mh. Hm, keine Ahnung. Das fällt mir irgendwie nicht so. Ich mag Ramaydon. Ramaydon ist so. Hast du eigentlich mal einmal getestet, Shadow? Hm? Ramaydon ist so. Hm. Sollte, wenn du lebst, hast du einfach. Ich hatte, by the way, noch Snapboe dabei. Oh, es war ein Crit. Das Snapboe dabei, okay. Ja, war besser als Jan-Mega. Ey, Jan-Mega carriage hier gerade. Genau. Nein, mich hat das Jan-Mega nur abgefuckt, dass das an jeder Edge von den Fightings gestorben ist. Ja, klar. Ich mag Jan-Mega. Ich habe coole Fähigkeiten. Jan-Mega ist... Das ist alles. Luftschnitt. Also er ist falsch. Meist, klar. Okay. Äh. Ja. Ich kriege das so eine dumme Art Kick. Wie lieb. Ist ja laufend, in SPL, oder? Es ist meinst alle. Gerade. Ja, ich glaube ja. Ich habe auch Angeberei es. Oh. Ich glaube, die Bühne muss ja nicht erläutern. Angeberei ist auch dumm, weil... Ja. das ist halt eine konfusion die noch mal verstärkt wird konfusionen können auch verwirren also von daher das ist aber das ist so der move und ich sind so deswegen er ist immer wieder befeuert vor wenn du das machst und das hat niemand sieht ist egal ich weiß was ich mache leider ist symbolisch auch was ich mache also passt so ich könnte mir auch was anderes spaß wie wird das denn eigentlich wie wird das denn eigentlich bei hardy gewertet der bekommt die ganzen kids ja auch jetzt noch mal erstmal geht es bis dahin wo er hingekommen ist wenn er im zweiten try weiterkommt geht es bis dahin also werden die anderen kids nicht gezerrt die kreis müssten schlussens macht vorm zweiten run also vom besten run ja immer zu dem punkt wo es halt einmal am weitesten war aufzukritten stark das ist mit euch die ganze monster die aber alle kippen müssen kippen warte ray hat der gerade hammerarm gedrückt gegen dich ja oh mein gott er hat nicht gegrittet ja irgendwie haben die spieler die aufgenommen werden nicht so einen anlag wie ganz das andere spiel wurde auch aufgenommen wird nicht hochgeladen ja nein warum geht es gut von zählen die ja ja aber ich wollte halt durchgehen ja aber das meter groß ist op was hat er noch er hat noch symbolarer was ist heiße ach ich erweckte die moves immer ja genau ja aber steigerung 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 und der tiefart resistiert das seit schade bleibt immer noch eine kathomu sturm gehen musste ich hätte mich da raus das erinnert mich an das eine set was ich fast in der hkp mitgenommen hat ja ja mich hat's auch danach an das set erinnert gut dass ich das nicht aber was du da mitgenommen hast ich habe das auch nicht mitgenommen gut dass ich nicht weiß was du für eine idee hat das habe ich dir geschickt das 6 7 gott das seltene so ich habe das mit mir in der hälfte der reisigen cool und ihr habt noch so eine halbe Stunde das bloß wollen du sagst den ersten sieg so er sagt sicher ist die schwerste hat er nicht sagt mit den monstigen also dabei ist und so auswärtig abfahrt Einfach nur Latios, mit Latios dienen. Kampf, Kampf, dass Crafty halt auch gegen Psycho ab einem bestimmten Punkt gewinnt. Ja. Eitario, sicher, dass du nicht kampfschwerer fandest. Für mich war kampfschwerer, aber overall die besten Moves und Mons hat halt einfach die Psycho-Tossi, muss man einfach sagen. Nee, weil ich sag, dass mit den Mons, die mir zur Verfügung hatten, also die zur Verfügung stehen, finde ich Kampf am schwierigsten. Das kann sein. Wobei ich glaube, Sable hat tatsächlich eine ganz gute Wahl gegen Kampfes. Gophitel wahrscheinlich auch, aber den hat, glaube ich, nie jemand getestet. Ja, aber Gophitel macht, ist das Problem, der macht halt nicht wirklich Damage. Hat das Sable a Recover? Ja, aber Gophitel macht keinen Damage. Tidex, wir haben einfach irgendein Gen-Five-Set, nee. Stop, Franklin, das war ein Gen-Five-Set, was wir gespielt haben, Marc. Echt? Gegen Sandan und Edge, wo wir uns aufgeladen haben, dass wir kein V-Play gespielt haben. Nee, stimmt, Zap, kann sein, dass wir nicht gespielt haben. Ich gucke jetzt nach, wie viel Spaz-Tag aufgeteilt hat. Ich gucke jetzt nach, wie viel Spaz-Tag aufgeteilt hat. Ich gucke jetzt nach, wie viel Spaz-Tag aufgeteilt hat. Ich gucke jetzt nach, wie viel Spaz-Tag aufgeteilt hat. Aber irgendwie macht der halt... Vielleicht müssen wir jetzt nicht diskutieren. Was für 95er-Tag? Ich hab' ihn... Spaz-Tag. Ja, okay. Weniger Spaz-Tag als Legios ist gleich kein Damage-Output. Damit hat's glaube... Ja, richtig. Oh, das fag' ihn nicht. Ich guck! Ja, das fag ihn nicht. Hier hatten wir Willow, Recover, Torn. Ja, das fag' mich, wie Krilin ausmodiert. Was? beides drauf gegen kombi und am letzten spieltag hat wird nicht halten hast du bei der eigentlichen timer weiter gestellt ja na klar aber schon gesagt dass sie eine halbe stunde haben noch immer darum das stimmt ja das hat er wirklich genau das hat nochmals für die der frauen der frauen er hat es gab es besser der salor ich mag es auch welchen tier ist auch nächstes diese neue serie ja bei den anderen fightings außerhalb der ausmahe letztes kann sehr lieblich allerdings inzwischen verdammt gut ja also ich sag das ist fein weil er ja gut was hat mein roh die stelle bock was hast du über das set gesagt ja ich kann ja nur radio so ein bisschen aber wenn es abkost bekommen ist ja wenn ich nicht abkost bekommen da kommt schon lukatisch habe ich eröffne Prozent. Das hat er gerufen, dass er beschwert wird. Was hat denn Lucaro gegen dich? Alle. Extreme Speed, oder? Shadow Ball hat der. Shadow Ball. Aber Gelade hat auch eine solide Spitze. Ja, aber ich... Relativ nichts anderes. Power Punch Nothing macht... Genau, und... Ein Headbutt braucht... Macht halt auch kein damage. Ja, weil Stahltypen broken sind. du sagst du kannst du noch leben ich lebe ein ich lebe ein das weiß ich ja also ich habe ein wie gelägt die spieler und die spieler und mit unterschätzt ich kann sich gut erhält und das wird schon wer es aber schneller wer ist schneller die sparen die entschuldigung der juli auch wenn du musst immer deinen kampfteile verschieben Wieso ich? Da die ganze Liedes steht, yo, Lynn vs. Locke verformen auf Freitag irgendwann. Nacht. Ja, das ist halt das Problem, weil Locke gesagt hat, er kann nur noch ab 23 Uhr. Oh, da kommt sie nicht hören, Leute. Und das ist jetzt nicht so geil. Ist das für mich? Verständlich. Da stehen sich gerade zwei Gen5-Kollegen gegenüber bei Ray. Das dürfen sie eigentlich nicht nehmen. Ich werde euch so auf den Sack gehen mit den Gen6mons. Ja. Ja. Ihr wisst, wer ich ankomme. Actually nein. Actually... Sorry. Typhlosion. Naja. Ich bin gerade durch den Weg, den Weg. Oh mein... Oh mein, oh mein, oh mein, oh mein, mein, ah. Ich bin der Geist Top 4, also die zweite jetzt. Oh, einmal durchgesweep. Miss Crafty? Was für die Haare mit Cran? Ich will die Haare mit Cran. Ach ja. Oh und, Bernie Sanders hat schon noch so OP. Ja. Zable, geiler Mann. man ja welchen tier war der war ja 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 da habe ich denke können ja die wollten die kruppung aber den jetzt auch hoch getwarft sind ja das stimmt ich meine sind 5 karl aber extrem geil außerdem toxo als wirklich wort am ist und ignorieren uns das bietet die wir da hatten ich leute zu gen 6 1 und dann gerade so hart auf den sack die haben wir da auch noch du hast eine doof idee lukario mutig wieder ach ich ja weil man ja kein steinhagel mehr er hat er hat schade und er bekommt ein Heldschirm immer noch ah geil mit dem Punkt ist das Schwerpunkt ist ein Schwerpunkt ja er macht das aber schon eine halbe Stunde das soll wir abnix sagen und da habe ich es wieder einkehren lassen ja bitte Okay. Mein Handy hat gebraucht. Danke, dass du mir nochmal bestätigt, dass Raum ausgeht. Die Information wusste ich aber noch nicht. Das könnte ich auch schneller als Minenschau sein. Medi-Tales. Jetzt kommt noch Medi-Tales. Und du sagst, ja wege, das ja mega ist schlecht. Bei mir hat er nichts gemacht. Und zweitens brauchst du noch was gegen, wie heißt die, Lily? Lilia? Ja, Lilia. Lilia ist ab, fuck. Ähm, warum habe ich das Gefühl, dass Heidi sich mit Scrafty irgendwann auf so'n Level befindet, dass der das Max-Hax war mit 1v1. Weiß ich nicht. Aber ich sweepe gerade den dritten von dritten Teil 4. Ich sag doch, der ist broken. Du musst einfach auf das Ding zugehen und ansprechen. Ja. Ach so, Ray hat's by the way geschafft. Ich... Ich... Alter, Lu... Äh... Party Speedrun das schon wieder. Also Ray hat den letzten der Top 4 fertig? Äh, ja, hat sie. Alles. Und ich hab noch 1 Beleber und 5 Top-Tränke. Äh, Hyper-Halala. Ich bin... Ich bin zum Champ gegangen, hatte noch 2 Mons lebend. Oder 3. Und hatte keine Beleber mehr. Oh. Und die Mons waren Scrafty, Bishop und Melbo. So, meine Damen und Herren. Lucario und Shadow möchten nicht mehr reden. Die müssen aber reden. Ich bin gerade Alleinunterhalter hier. Ach so, ja. Du hast uns doch den Mund verboten. Genau. Du hast mal Arzt vergeslebt. Ich hab euch damit... Dann lassen wir halt das Spiel einkehren. Okay. Heißt also? Steht mein Maul. Gut. Dann haben wir keine... Hab ich keinen Co-Moder-Rotter mehr. Dann mache ich jetzt den Frank Buschmann und bin dann insane. Nee. Auch nicht wieder Fußball. Bitte... Bitte tu's nicht. Wenn du über Fußball redest, dann kick ich dich hier aus dem Tag. Ja. Ist mir egal, ob du mich dann irgendwie vom Server kickst oder so. Haha, würde ich schon nie machen. Kann man aber was überlegen. Ray geht rein. By the way, wie lange habt ihr noch? Hallo. Du kannst Payback. Du kannst Shadow gehen. Hallo. Shadow hat ein Rage-Crypt ist dann dran. Wie lange habt ihr noch? Ne. So was 20 Minuten. Okay. EINHAL mit Profis. Ne, wir können die Folge nicht EINHAL mit Profis nennen, weil die lief tatsächlich ziemlich gut. Irgendwie ja. Ja, EINHAL mit Profis. Das waren wirklich EINHAL mit Profis. Sogar keine Aufnahmeproblem. Nö. Und kein Typ, der keine Items kauft und kein Typ, der Rage crittet. Du hast es versucht, Ray. Ich habe es versucht, ja. Wer fährt doch einfach dutschen können. Also ganz ehrlich. Ohhhh. Mach einen Chef doch. Jalla. Kann der das leben? Wait. Kann er leben, aber was macht er irgendwie tun? Ähm. Sappen und Predlichkeit absterben? Boiler, der hat keinen Datenmove. Der hat keinen Datenmove. Der hat keinen Datenmove. Ich sehe da noch eine Lösung, aber ich will sie dir jetzt nicht verraten. Okay. Hardy spricht jetzt bitte wie Eugen an. Da ist Eugen. Hi Eugen. Ich hoffe, dass der Payback mich jetzt nicht vernichtet. Eugen baut jetzt ein Museum. Warum? Weil es die Eule aus Animal Crossing ist, die sich das Museum leitet. Wow. Oh, warte mal, du bist ganz im Fokus dran. Das habe ich bei der Wing nicht gemeint, ey. Animal Crossing ist so wie Fall Guy. Ja, ich topf ihn! Kann dieses Animal Crossing nicht reden. Hast du plötzlich getoucht? Dann ist der Bildschirm gerade eingefroren. Nein! Nicht! Egal. Das macht spannender. Mh. Kannst du ein Bildschirm einfrieren? Ja. Ist er bei dir auch eingefroren? Ja. Schade. Das passiert manchmal, das ist okay. Cool. Das haben wir ja schon mal gehabt. Alles gut. Qualität vom Feinsten. Du hältst dich doch bestimmt jetzt, ne? Wen juckt von die Qualität? Ja, wir sind ja bei Sanderen. Wen juckt die Qualität? Ja. Ich hoffe, das wird... Keine Ahnung. Was ist das? Ich glaube, 480p hochgeladen. Jo. Ne, mach ich nicht. No. Ich glaube, YouTube macht es automatisch sogar. Am Anfang macht es nur automatisch und danach fällt es hoch. Rüdiger ist ein Zähn. Ja. Der hat mich schon schön 4 gecarried. Ah. Und das macht aber. Okay. Er ist tot. Armes Guteiber. Aber er ist eigentlich bei Ray in der Zeit passiert. Ja. Sableye. Ah. 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 Sableye. Ah. Entschuldigung. Ich werde mir seine Witze erkennen. das macht man jetzt schon das lieb ja echt ja ist eine starre tasche ich würde das im hürdenmodus hier ja der sub kommt durch weil du langsamer wirst das heißt du kriegst sogar der sollte sogar killen ja ja du machst einfach das was ich mir nicht getraut habe beim kampfmann und kommt danke auch gelade ja es funktioniert doch schadrago du hast keine rauhaut nicht live das ist schlecht gibt was warum haben die kompensiert als live du sagst auch noch ein bisschen naja so kompetitiv ist es freier punkte und ich habe damit auch schon fokus klar wisst ihr wer ein kompetitiv set haben kann wer govitel wieso meint das govitel von uns anscheinend auch mit der fähigkeit gewünscht wow ich stehe ich lukario ah mit der überlegst du gerade mit der karte was muss ich überlegen dieses kuchen die Herausforderung, eine Challenge zu machen, eine Stunde ohne irgendwelche schlechten Wortwitze. Das ist ziemlich schwer für mich. Ich sag, warte, machst du mir einen Fuller auf? Solche schlechte Witze? Ja, natürlich, für was hältst du mich? Nie, weil du solche Witze machst. Aber dann tötet er mich, ne? Der tötet mich. Also nicht Unterricht, aber... Ja, und wenn du schläfst. Ey, wie trau ich dir im Unterricht zu, dass du solche Witze machst? Ich bin heute im Deutschunterricht fast eingepennt. Ich bin gestern und heute auch fast eingepennt. Einmal heute auf irgendeiner Bank bei uns in der Schule und gestern irgendwann im Unterricht. Wir hatten heute Sport. Ich hab heute in Sport zwei Stunden gesessen. Dann war unser Dingslehrer richtig sauer, unser Sportlehrer, weil... Weil wir eigentlich heute Badmintonoten machen sollten, aber... ...eine Freundin von mir und ich einfach die ganze Zeit draußen gesessen haben. Also... Wir haben Badminton gespielt und den Smash. Ja. Super Smash, bruh! Was war das denn für eine Animation? Wo ist dann wohl in der Hölle? Wootanfall! Holy shit! Hab ich doch nie Wootanfall in Gen 5 gesehen? Nein. Nein! Das ist eine insane Animation. Das ist doch jetzt auch gelockt, oder? Ist er. Wer ist drauf? Was ist? Chadrago ist auf Wootanfall. Wootanfall. Genau. Hä, warum? Weil Wootanfall lockt. Ja. Stimmt, 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 stimmt. Bischof wäre ein geiler Player gewesen. Wie so ein 100... Äh, 120er Base. Und die Brache. Mit 100 Genauigkeit, der... Irgendwie kein Torback hat. Ist auch ein bisschen klar. Ja, ich hab... Warum krieg ich eigentlich nie einen Flinsch auf die Gegner? Ich... Ich bin den Torback, aber halt extrem dumm, weil... Aaaaah. Wootanfall kann nicht mehr so sein. Ich glaube, dass Pitu den lebt. In Gen... In Gen 5 war der noch Broken, aber... Ja. Mit den 10 bin ich den halt auch nicht. Hadi. Ja. Der hat Guts. Glaube ich, oder? Nein, der Cheerforce. Okay, alles gut. Also. Schade. Der kann den Cheerforce haben? Jaja, der hat Cheerforce, Eisenforce und Guts. Ja. Oh lol, dann kann man den ja auch mal mit Live-Obs spielen. Ja, kann man. Gutes Spiel. Das hat Crescent GPL Season 3 oder 4 gemacht. Ist einfach Maxi-Griff. Heißt der jetzt so? Ja, weil der ist schon GPL-Stream. Oh, ja der Flinsch! Oh wie geil! Alter ey, geil. Gutes Spiel zurück. Alter. Bishop ist es einfach. Bishop! Und noch Level Up, geil. Bishop, der feiert auch den Crown Crown. Ahhhh. Ich hatte Skullos oder Eggwon, richtig? Ja, Eggwon. Berlin. Cool. Okay, ich hab' gehofft, dass du nix tust. Aber so geht's auch. Nein, nein! Ah, ich war nicht zu bleiben. Jetzt tue ich doch auch noch einmal zu uns bleiben. Ja. Auf was bist du gelockt? Auf Eisenschädel. Ja. Agi, gut, du bist so gerne ausgewechselt, wärst es auch wieder um nach vorne. Na gut, sie hätte was heilen können. Sie hätte was heilen können. Ja, ja. Und Skraff, die kann sich dagegen halt hochgefahren. Ich hab' noch einen Beleber. So, wen heißt du hoch ist die Frage? Ja, wenn man Skraff... Skraff... Skraff, die kann sich halt hochgefahren. Ich hab' noch einen Beleber. So, wen heißt du hoch ist die Frage? Ja, wenn man Skraff... Skraff... Imagine, Lucario hätte Mega Launcher. Ich... Ey, oh, das ist die Trocken. Oh, nein! Oh, das ist... Das ist... Das ist... Das ist doof. Das ist ein Gate. Lucario, hast du heute... Du hast ja Loki heute auch gesehen, oder? Was hab' ich gesehen? Loki. Ja, aber ich hab' mit eingeschlafen. Da gab's, da gab's... Nein, du kannst... Schade, da gab's einen Part, wo riesengroß Engage stand. Ne, hab' ich nicht. Also, ich hab' mich in den letzten fünf Minuten irgendwie. Ah... Was, klar, schein' ich aber das ganz wichtigste von der ganzen Folge war, aber... Die guck' ich nach. Hm... Fußguck! Ah, ich muss sagen, ich bin riesen Fan von der Serie. Ah, tu, das ist schneller. Lebst du... Lebst du... Ja, ja... Ja, oh... Ich hab's mit ein... Ich hab's mit ein... Ja... Der die... Nö... Nö, ich hab' da nicht. Der hat wohl ein Rocket. Ja, ich bin schon wieder zu rot. Ich hab' kein... Kommt das Max, sag's A. Nein! Deswegen hab' ich gesagt, ist Rampard das gar nicht mal so geil gegen Kamm. Also, mitzunehmen. Ey, gegen Kamm hab' ich gar nicht mitgenommen. Die Mädchen hätten den High-Jarm-Kick gemisst. Das war meine Taktik am Ende gegen Kamm. Ja, das hab' ich die ganze Zeit gehofft. Aber das drückt halt jeden... Wann, wann ist das unten, das weiterkämpfen? Das ist so dumm. Ja... 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 Der drückt sowieso die, denn... Ja, der ist Sash, ich weiß. Ich mach' ich kein Vorsein, dass ich euch hier... Der ist... Der ist... Ja, der ist Fokus-Sash. 10. EQ, Guillotine, Outrage und DD. Jetzt musst du hoffen, dass der... Hadi hat noch Kampf geschafft. Immer kurz... Guillotine, Outrage... DD. Und EQ. Ja. Ah, okay, dann trifft er dich. Ja. Wie viel Zeit ist noch, Shadow? Mh... Wir haben noch... 9 Minuten... Was hat jetzt um was hochfallen? Wie viel Minuten noch? 9 Minuten noch, o wat. Also, es wär' jetzt stopp... Ja... Ah... Aaaaaaah... Mh... 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 Ich hab' so zahn und jen echt... Das tut wohl auch angesetzt... judgarisch. Mhm... Teoffflöschat die Zahn... thats... Weder zahjem... Jau... Noh... Dad hat schon? Neh... Und? Wie viel... So �克 Herz tax... Was schmeißen sollt ihr? so gefährlich ja ich hab drückt noch truss genug und so hat das max aus den fokus bekommt und ich fängt es hat die frage wie schnell war ob der x noch mal und 10 base spielt er hat alles ja wenn wir gar nicht können ja mir das hat nur 95 ich habe nicht mal ich kann ich kann nichts mehr wiederbeleben ich habe keine blieber mehr er zumindest habe es auch bis zum jump ich glaube es gibt doch immer mehr aber da muss halt extrem lucky sein ja egal weißt welchen gleich meine stelle das gibt es ist ich wüsste was ich der wahrscheinlich ich wüsste einfach mit drei pokémon sie kann ja noch mit beiden mons gewinnen muss es nicht ja die frage ist wie macht der sagt auch mit dem pokémon noch gewinnen es ist es halt so ich brauche bischof eigentlich für das opterix weil ding verliert hat gegen die bei der akrobatik hat ja ich weiß was beim flavor frank naja also rein grittisch muss 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 sie ich kann es ja mal kurz schreiben ja ob es das was ich auch denke ich lasse einfach machen holische test 4 level über mir so kann das funktionieren aber ja aber auch schwierig lebt lebt ich kann es nicht einfach mit bitte vater sonst probiert ein lebt der seit trotzdem fußkick kill kann ich ja aber die noch kumpel ja hoffen dass er und dann war und ob sie doch gut dann voll ernsthaft das ja schwierig aber endlich hatte von so zu schädel hat geschrieben dein play wäre vermutlich gewesen dass kräftige reinholen hoffen dass er sich auch outrage lockt und dann mit zack hat die rausnehmen ja 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 ich glaube ein also ich hab sie fast schon gesagt äh dass du ja der schaffern knacksen musst und da dann stefftig und hoffen dass er noch wie die neunzig prozent sind neunzig prozent Ah, scheiße. Die Sache seit... Er kann sich selber hüten. Ja, du musst auf den Self-Aid gehen. Glaub ich. Das sind 50 % übrigens noch in der Gen. Ja, du. Was kannst du? Was kannst du? Was kannst du? Was bist du? Einmal ja! Bitte. Outrage kannst du... scheiße, die auslöschen. Starke. Bitte bitte bitte. Ja, oh. so und die frage ist was musst du jetzt jetzt muss ich glaube es gibt es gibt ein move den sie glaube ich drücken muss glaube ich wüsste was ich jetzt tun wird was eigentlich die damit die schneller bin das mache ich ich werde wir auch mal im plage gewesen ja genau ich meine die 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 schneller bist und dann ja genau sehr sehr spannend ja jetzt ist die frage die die oder die frage ist halt bist du schneller als ein hänger als 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 ein weiterer die sparen habe ich gerade abläuft die vor der Ich geh auch mal auf die DT-Kompon. Komm der hättet sich noch mal selbst. Ja. Bitte! Gönn! Obwohl ich glaub man hat grad ne Desktop-Benachrichtigung gehört. Nö. Stark! Oh geil! Jetzt wird gespanned. Jetzt kommt's glaub ich echt drauf an. Ich weiß nicht wer schneller ist actually. Krass, der lebt das? Ich lebe einfach gerade die ja durch. Krass! Oha! Weitere Welt! Glaub ich also bei euch stehen jetzt beide noch zwei Brücken unterbrochen. Ja. Aber bei Hardy steht noch eins mit nem Sash. Hm. Speeded Hardy dran? Nein. Oder nicht. Was? Ich stehe bei dir. Warte. Warte, Ray. Warum drückst du nicht, Ray? Ja. Es geht grad nichts! Ah! Maus! Mein Controller hat sich diskonnectiert auf die. Scheiße. Okay, bei Hardy's Game. Schade. Ja, das hab ich so'n gedacht, mein Didi. Also ich glaube, ich will jetzt noch nichts sagen. Es kann nur noch alles passieren, aber... Ja, ich sag es weh. Aber Respekt auf jeden Fall. Krass, wie er sich Hardy zurückgekämpft hat. Ja. Auf jeden Fall. Holy. Das lebt der, oder? Das lebt der nicht. Ja. Hm, hm. Jetzt hab auch die Frage gebeten. Es sieht's gegen Eier aus. Ob ich schneller bin, oder nicht? Ja. Wenn du bist faster, mach ich. Ja. Ja, du bist faster. Was spielst du ihn? Kriegst du ihn? Kriegst du ihn? Ja, ne, ne, ne. Ja, ne, 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 ne. Ich hab' den letzten Mon. Ja. Insane. Scheiße, ey. Wirst du wer wirklich? Hat er sich selber gehitet? Stark, ja. Max. Ja, okay, Nevermind. Reih hat's geschafft. Ja. Man geht gleich runter. Jetzt ist's vorbei. Ja. Alter, wie geil. Das war richtig gut, das Magic. Respekt auf jeden Fall an Adi. Ja. Man geht gleich runter. Ich hab' den noch zu Ende machen, oder? Ja, ja, klar, das halt im Fall. Ohhhh. Man kann festhalten, ich glaub's, Crafty war viel zu broken. Ohhhh. Hat mir noch eine Minute ist 20 im Dreh. Ohhhh. Ist ne Verwirrung, dass er sich viermal gehittet hat, das hat so… Das ist so lucky, ey. Ohhhh. Oh, Leute hat Notsituation. Ja, der, äh, der Ding hat Notsituation. Äh, das aber auch nicht. Adi hat's jetzt auch geklatscht. Adi hat's auch durchgespielt. Ohhhh. Oh, nicht geht. Stark. Der ist weg. Ey, Clark ist gut. Du. Ich hab' den drei Spieltag und drei Champs klatsche. Hart. Hammer hart. Hast du was irgendwie geklatscht? Ja, ich gönne das Ray auch, weil ich hab' ja richtig einmal reingeschissen. Hätt ich das von Anfang an so gemacht, dann wär' ich einfach zack durch. So liefen halt bei mir auch die ersten drei. Ich hab' einfach Scrafty geleadet, die die gedrückt. Und die ersten drei gewonnen, dann kam Kampf und ich bin einfach brutal umgebracht worden. Hm. Ich sag' doch, Kampf war halt der schwierigste. So, letztes Punkt. Kampf hab' ich eigentlich nicht so schwer. Ich hab' so geguckt und hab' so alle Mon's so durchgeguckt und dann hab' noch eins Mon, eins Mon vor allem. Ein Mon, was ich noch machen hätte können. Dann hab' ich so geguckt. Es sieht bissel kritisch aus gegen Kampf. Insane. Da ist dann ganz gelade entstand. Ah! Dann auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch an Ray auch. Sehr groß Respekt an der Hardy. Es war ihr gegönnt. Damit ist die... Damit... Willst du den vorlesen? Ich kann ihn vorlesen. Also Sandan ist auf Platz vier, würd ich jetzt einfach mal sagen. Mit drei... Ne, mit vier Punkten. Scheiße, der hat vier Punkte. Hm. Ray ist halt dann auch letztens der Hinrunde. Ja. Platz drei, dann haben wir Hardy und Sandan mit vier Punkten und mich mit sechs Punkten. Wobei man eigentlich sagen muss, ich hab mir die sechs Punkte nicht verdient. Hm. Man muss sagen, ähm, Hardy ist auf Platz zwei, weil Hardy hat jeden Champ geklatscht und Sandan nicht. Ja. Und, äh, mal davon ab, dass ich jetzt hier eine richtig gute Runde hingelegt habe. Auf jeden Fall. Uh. Ich will aber nicht... Dass ich fast Ray überholt habe, sag ich nur so. Ja, am Ende. Aber nur voll. Ich hätte Sandan letztens auch fast überholt noch. Stimmt. Ja. Oh, es ruft dir einfach den Gott. Oh, mein Gott. Es ruft dir einfach den Gott. Der ist okay. Ist auch die Hinrunde bis zu Ende, richtig? Und ich muss sagen, die Hinrunde Sandan. Ja. Ja. Pulitzer Sandan. Jetzt kommt noch die Rückrunde und... So, es sind nochmal drei Matches und danach... ... steht der Sieger fest. Ja. Ja, dort schauen wir raus. Ich hoffe, ihr alle verkackt und ich gewinne auch nicht. Okay. Es ist ja alles so offen. Es kann alles noch passieren. Haben wir am Ende nicht nur alle Erster gegen Zweiter oder sowas? Nein, nein, nein. Das werden wir noch festlegen. Das werden wir noch festlegen. Okay. Wir schauen erst mal. Wir schauen erst mal, wie weit es geht. Wir schauen erst mal, wie weit es geht. Wir schauen erst mal so aus, als ob sich die Charaktere küssen würden. Okay. An meine liebe Freunde. Küsschen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und das ruhig bleibt da und das nächste Mal sehen wir uns wieder. Wahrscheinlich in Pokémon X und Y. Bye. 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 Bye.